Mirko Sacher, 3-2 Overtimesieg gegen Straubing, was sagen Sie dazu? Ja, war, denke ich, ein verdienter Sieg. Wir sind gut aus der Kabine gekommen, haben im ersten Drittel richtig viel Druck gemacht, dann das erste Gegentor gekriegt in Unterzahl, haben sie gut gespielt. Aber es hat uns nicht aus der Bahn geworfen und wir haben das ganze Spiel unser System durchgezogen und dann verdient gewonnen. Am Anfang der Amtsperiode von Niklas Sundblatt kamen drei Niederlagen, nun drei Säge. Geht das aufwärts? Ja, auf jeden Fall. Ich denke, es war schwierig, das System gleich umzusetzen. Aber ja, es wird von Spiel zu Spiel besser und darauf müssen wir jetzt aufbauen. Also glaubt man noch fest an die Playoffs? Ja, auf jeden Fall. Also wenn wir so weitermachen, ist, denke ich, alles möglich. Wird verdammt schwer, aber ja, es sind auf jeden Fall noch die Chancen da. Wie sieht es bei Ihnen nächste Saison aus? Werden Sie auch weiterhin in Schwendingen bleiben? Ich habe noch keine Ahnung. Von Schwendingen kam noch keiner und ja, also ich weiß noch nichts. Wir haben mitbekommen, dass Sie gemeinsam mit Dustin Stralmeier Silvester feiern. Wer böllert mehr? Sie oder Stralmeier? Ich denke, einseitig strahle. Ich weiß jetzt nicht, wie es mit seinem Hund ist, aber ja, früher war er da schon extremer wie ich. Äh? Äh? Äh! 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 Untertitelung des ZDF, 2020